In einem unserer ersten Videos hatte ich Ihnen dieses Bild ehrlich gesagt so ein wenig dahin geklatscht. Wir hatten da über die Bedeutung des Zellkerns und die zentrale Rolle des Zellkerns für alle zellulären Prozesse gesprochen. Und was ich da zu diesem Bild gesagt hatte, war, dass es sich hier um die DNA handelt, dass im Zellkern die DNA ist und dass diese DNA die Erbinformation darstellt. Und dann aber auch versprochen, dass wir uns das alles nochmal ein bisschen genauer angucken werden. Außerdem hatten wir in einem späteren Video gesehen, wie wichtig die DNA mittlerweile geworden ist. Seit über 40 Jahren wird regelmäßig davon berichtet, gerade der Einfluss auf die Medizin, Einfluss der Genetik in Krebs und Krebstherapie immens wertvoll ist. In den nächsten Videos wird es jetzt genau darum gehen, dass wir uns die ganzen genetischen Grundlagen etwas genauer angucken. Nicht zu genau, es soll nicht darum gehen, dass man da jede Begrifflichkeit aus der Genetik genauestens weiß und genauestens kennt, aber zumindest, dass wir uns anschauen, was ist die DNA eigentlich, wie kann die DNA verändert sein, was sind Mutationen, welche gibt es, welcher Einfluss haben diese Mutationen. Und natürlich, das ist ja der Sinn dieses Kanals, was hat das alles mit Krebs zu tun. Dies ist eine Zeichnung aus dem späten 19. Jahrhundert von dem deutschen Zellbiologen, gab es damals noch nicht so richtig die Berufsbezeichnung, Walter Flemming. Walter Flemming hatte sich hier Zellen der menschlichen Hornhaut vom Auge genommen und die sich unter dem Lichtmikroskop, was ja seit dem 17. Jahrhundert vermehrt aufkam und letztlich die ganze Medizin und das ganze Verständnis vom Körper komplett auf links gezogen hatte, angeschaut. Und was er hier darstellt, sind verschiedene Stadien der Zellteilung. Diese Zellteilung hat er mit diesen Abbildungen auch de facto erst beschrieben. Er hat die Methose genannt. Also Methose heißt Zellteilung, geregelte Zellteilung. Und er sieht, dass in dem Zellkern, je nachdem in welchem Stadium sich die Zelle befindet, ein anfärbbares Material ist, was unterschiedliche Konfigurationen oder unterschiedliche Formen annehmen kann. Und je nachdem, in welcher Phase der Methose man diese Abbildung machen kann, nicht alle Zellen sind synchron, einige Zellen teilen sich gerade, andere wiederum nicht, kann man diese Figuren mehr oder weniger genau darstellen. Er sprach von den Chromosomen. Die Chromosomen sind hier in unterschiedlichen Formen dargestellt. Aber wenn man jetzt sich festlegen würde, auf einen speziellen Zeitpunkt der Zellteilung und die Chromosomen nur dann darstellen würde, dann kommt man zu diesem Bild. Das ist ein sogenanntes Karyogramm. Die unterschiedlichen Chromosomen sind nach morphologischen, also nach Aussehensaspekten, geordnet, nach der Länge, nach der Lage ihrer Einkerbung, sogenannte Zentrumäher. Und dann kann man die von 1 bis 22 durchnummerieren. Der Mensch hat also 22 Chromosomen Paare, nicht nur eins, sondern zwei davon. Das nennt man Diploid, aber das brauchen Sie sich an dieser Stelle nicht zu merken. Und zusätzlich zu diesen 22 Chromosomen auch noch zwei Geschlechtschromosome. XX bei Frauen, XY bei Männern. Das, was wir hier sehen, ist ein Karyogramm eines Mannes. Lichtmikroskopisch kann man Chromosomen also sehr gut darstellen. Man weiß auch zu dem Zeitpunkt, dass sie mit der Vererbung stark zu tun haben, dass sie mit der Zellteilung stark zu tun haben, dass sie auch bei jeder Zellteilung mehr oder minder komplett auf die neue Zelle übertragen werden. Was die Lichtmikroskopie aber nicht darstellen kann, da musste es neuere Verfahren geben, war die genauere Struktur der Chromosomen. Und wenn man sich die genauer anschaut, dann sieht man, dass es welche Proteine gibt, sogenannte Histone, also Eiweißstoffe, und dass da drumherum geschlauft dieser Doppelstrang von der DNA ist, wie wir ihn heute kennen. Es gab dann einige Tests, die geguckt haben, was ist denn jetzt die Erbinformation, wirklich die DNA, oder sind es vielleicht diese Eiweißstoffe, die dazwischen sind. Und da hat sich dann relativ leicht oder relativ schnell herauskristallisiert, dass die DNA das ist, was von Zelle zu Zelle, von Organismus zu Organismus die Erbinformation weiterträgt. Wie sieht die DNA aus, oder was ist die DNA eigentlich? Die DNA, das ist die englische Bezeichnung der Desoxyribonukleinsäure. Die finden Sie in alterer deutscher Literatur auch eingedeutscht als DNS. Da ändert sich dann das S für Säure zu A wie Acid. Aber das ist nicht mehr Standard. Standard ist eigentlich die englische Bezeichnung DNA. Und diese DNA besteht aus dieser gedrehten Struktur, die man auch Helix nennt, so eine Art Gewinde, und zusätzlich diesem Doppelstrang. Und dazwischen gibt es gewisse Paarungen. Und um sich da anzugucken, was diese Paarungen oder diese verschiedenen Bindeformen genau sind, muss man wissen, dass die DNA Bausteine hat, die sogenannten Basen. Und da gibt es A, T, C und G. Als kleine Merkhilfe hatte ich darunter geschrieben, Gettekab, der Hollywood-Film von, irgendwann aus den 90ern, glaube ich. Und der hatte ja als inhaltlichen Punkt Eugenik und die Frage nach perfekter genetischer Selektion von Menschen, ein böses und heikles Thema. Der hatte sich namentlich danach orientiert. Der wollte die vier Basen der DNA, G, A, T und C in den Titel mit aufnehmen. Das heißt, alles, was man hier sieht, ist in irgendeiner Form eine Abfolge dieser vier verschiedenen Basen. Wir haben aber den Doppelstrang. Das heißt, man muss auch wissen, dass wenn in einem Strang eine Base ist, welche dann an der anderen Seite sein kann. Und das ist relativ gut geregelt, weil nur A und T und C und G miteinander binden können. Also was das als Konsequenz hätte, wenn ich mal ganz vereinfacht eine DNA-Sequenz so darschreiben würde, A, A, T, T, G, C, A, A und so weiter. Das ist Kodierung für die einzelnen Gene. Da kommen wir später zu. Dann weiß ich, wenn das ein Strang darstellt, wie der andere Strang aussieht. Ich spreche dann von Komplementärbasen. Also wenn ich zweimal A, A und T, T auf der einen Seite habe und A sich nur mit T paaren kann, dann habe ich T, T, A, A auf der anderen Seite. Und wenn G sich nur mit C paaren kann und ich habe auf der einen Seite ein G, habe ich auf der anderen Seite ein C. Bis zum nächsten Mal.